Oh yeah! So, ich nehme dich mal mit, dich mal mit und du kommst so nah mit, habe ich jetzt den richtigen mitgenommen? Nee, bestimmt nicht, aber scheiße, ja, ey. Let's go for the battle! Ich muss mich übrigens entschulden, ja, die letzten Parts sind immer so kurz geworden durch unsere Porno-Pokémon. Äh, nicht, also, sie sind nicht Porno in dem Sinne, sondern, dass jetzt hier ein Porno-Film auftreten, nein, wo sie so ein Porno-Rös, ne, ist ja mein eigenes Adjektiv und da kommt ein Oxatent, ja, äh, total dufte. So, ich weiß nicht, ob ich schneller bin, aber ich glaube mal nicht, ne, das scheint mir nicht so wahrscheinlich, aber I would use the chance for Erdbeben und so, das könnt pretty pretty Aua machen und so, ne, und ich hab mal die Flinklau schon hier ausgepackt, weil das macht Brrrms und wird richtig wehtun. Das ist ein definitives One-Hit-Gay-O bei Halkinators Angriffskraft und Tentoxas doch recht mächtiger physischen Defensive. Ja, Oxatent, jetzt kann er nicht mehr oxidieren, nein! Ja, intensiv ist das richtige Wort, Porygon 2. So, Kollege, du, you are the next in my Liste, du kriegst nämlich jetzt erstmal eiskreilt. Mh, ein Steinhagel auf der Fresse. Ich weiß nicht, ich glaube, Wuchtschlag wäre auch gut, aber trifft ja nicht so oft und nicht so zuverlässig, von daher, habt's aber Spaß beim Fights! Jetzt macht ein Full-Dimension-Aua und so, Tu, er hält, aber eigentlich ganz schön was aus, Respekt, hätte ich nicht gedacht. Es kriegt immer einen Step drauf, ne? Es schreckt zurück, oh, tut mir aber leid. ist ja fies. Und hinterher jetzt,intérieur, ich versuche es! Es ist, war, ist eigentlich fast verschluckt. Wuchtschlag! Bam! Daneben, Feil! Na gut, das war ja ein bisschen doof. Und da kommt eine Blitzkanon, die aber auch nur 50% Trefferquote hat und trifft ebenfalls nicht. Das heißt übrigens Gun2Pory. Könnte irgendeine Feil-Internet-Seite haben, irgendeine komische Domain. Wir hoffen mal, dass es die nicht gibt. Habtab. Ach, Menro. Umwandlung 2. Was macht denn die nochmal? Ah, ja. Echt, du hast dich jetzt in Geist geändert, Kollege? Ganz, ganz dumme Idee. Geist ist nämlich empfindlich gegen Unlicht. Und die Chance nutze ich doch für einen Knirscher alle Male. Fals. Und that's very effective. Und das war's dann für Guns by Puri. Hat sich natürlich gegen Wuchtschlag jetzt in die Umwandlung 2 gemacht. Oh, oh, ich fahre gleich in Ohnmacht. Ja, weil du so hässlich... Einfach, weil das stinkt. Aber wenn du jetzt nicht gegen hässliche Menschen sagst. Ja, die können ja nicht schaffen, dass es so aussieht. Genau wohin. Hier wird so ein bisschen offenbart, welcher Geniestreich hinter diesem Pokémon gelegen hat. So jetzt die Frage, weiß er, ob ich Spezial-Kelb nutzen muss oder ob er mit Konter kommen muss? Das weiß er natürlich jetzt nicht. Und ehrlich gesagt ja auch nicht. Er wird natürlich von meinem Wert mehr ausgehen, dass ich ihn physisch als auf die Fresse baller. Aber er weiß, dass ich Unlicht bin und könnte da... Ich meine, dass ich eine sehr effektive Attacke raushaue, weil ich das ja auch gerade gegen Puri-Gon getan habe. Heißt, er könnte daraus ausspielen, dass er jetzt ein Spiegel-Kelb macht. Und deswegen werde ich jetzt einen Steinhagel machen, Kollege. Also, Steinhagel! Schwarzer, perhaps Burns! Bam! Tja, wenn jetzt ein Konter kommt, ist das... Mein Tod ist schräg zurück! Oh, da... Das tut mir aber überhaupt nicht leid, so. Da werde ich die Chance jetzt für einen epischen Knirscher nutzen. Ich glaube, die sehr effektive Werte oder Punkte könnte schon K.O. erzeugen. Bam! Und das war's. Mit... Wohin genau? Ah, der Hykinator ist einfach nur Porno. Oh, ich fall gleich in Ohnmacht. Ja, wasch mal deine verlauste Filzmähne. Das kannst du ja als Kratzbürste für Stahlwolle hier für Topfschrubben nehmen. Das ist ja übel. So, haben wir den ersten Spasti in der heutigen Folge. Besiegt. Oh, Zensur Naruto-like. Oh, cool. Ja, klar. Ledige du nur deine Sachen auf deine chaotische Weise. Ja, gut. Du bist da viel besser gewesen. Sehr strukturiert hast du einfach mal verloren. Das ist doch eine super Leistung. Da kriegst du ja jetzt einen Mitleidsgeks für den Kollegen. Ah, der wird ja richtig auf Trawling-Modus aus hier. Oh, ne Bitch. Ne Hure. Ein Solariumsschnitzel. Okay, sieht das eigentlich nicht aus. Ich zeige dir, wie erwachsen kannst. Wie bitte? Erwachsen? Ja, gut. Das Ganze. Die Lige. Gut, das sagen wir nicht so. Aber hier sind schon wieder so viele Normal-Pokémon bei. Da würde es sich ja fast lohnen, wieder den Halkinator auszupacken. Und gegen den Rest, da könnte ich auch mit Stein auf jeden Fall punkten. Das wäre gar kein Problem. Gut, die können mit Fenster und Wasser natürlich auch ein bisschen Aua tun. Aber gut, ich nehme das erstmal so hin. Ich möchte dich nochmal mitnehmen. Und wen wir noch mitnehmen können. Das sind ja halt eher so ein bisschen Pokémon, die in die spezielle Defensive gehen. Da heißt es, wenn wir sich ein physischer Angreif verloren. Nehmen wir auch ein Xerox mit. Also greifen wir wirklich so Chaneira und Mantax an. Gucken wir übelst zu hohlen. Spezielle Defensive. Tja, das könnte interesting werden. Erstmal der Halkinator. Tja, jetzt passt der Name hoch. Ich finde das voll Knoke. Und da haben wir gleich unser First Opfer. Allerdings ist es schon schneller als ich. Und das könnte für mich heißen, eventuelle Surf-Attacke könnte weh Aua tun. Aber erstmal ein Steinhagel. Vielleicht immer den Flinklaus verlass, Leute. Und dann heißt es wieder mal Schwarz-Habba-Habs-Burms-Farts. Und das ist wieder mal ein One-Hit-K-O. Im Hintergrund wieder ein schönes N64-Zeichen. Ha, episch. Das war ein rasanter Kampf. Das war ein rasanter Kampf. Ja, hier. Sowas von erwachsen, ne? Da hinset man den Macht, dass du erwachsene geflucht, Alter. Ha! Groß Klapper aufreißen und nichts dahinter. Dicke, läppere Skinner, aber kein Lappaloma pfeifen können. Ja, das ist das typische hier. So, hier. Kannst bei deinen Lappen drinnen halten, Kollege. Sonst schneide ich ihn dir raus und mach einen Schnitzel draus, Kollege. Das heißt Wuchtschlag-Action. Schwarze Bums-Farts. Das ist sehr Puddy-Effektiv und so. Das macht der gleich mal hier. Schnitzelfresse. Kabuschka, tschüss, Mann. Jetzt kannst du deinen Lappen nutzen, um deine Wunden zu lecken. Egal. Ich bin hier heute schon wieder auf Stimmung. Das geht ja gar nicht. Ne Katze. Klar, ist wie mit Tauben auf Spatzen. Mit Spatzen auf Kanon schießen. So geht der Spruch. Fail. Aber das Vieh ist bestimmt schneller als Ecke. Ich denke aber schon mal, fast ein Erdbeben könnte ausreichen, wa? Und da... Oh, nö. Ist ein Witz, ne? Miau. Ja, was willst du tun von mir? Ey, nee, das kannst du doch nicht... Das kannst du doch nicht... Ah, das ist mein Alter. Höf, Katzen ficken zu wollen, Alter. Das ist nicht kollegial. Das geht nicht. Das kannst du nicht springen. Drop. Ja, Raub. Okay, das ist sehr, sehr effektiv. Eins klaut er mir dadurch meine Flinkklaue. Das finde ich nicht... Und ein Volltreffer. Oh, Volltreffer und acht Schaden. Ja, okay. Kollege, das war äußerst effektiv. Ey, der hat dein Item gestohlen, Alter. Checkst du mal, dass das scheiße ist? Greif jetzt endlich an. Die Katze müsste Muschi heißen. Das ist immer ein Weib. Ich würde sich immer mit der scheiß Anziehungskacke vereinbaren. Oh, da kommt ein Kreideschreiner. Toll. Oh, das ist ja wirklich ein nerviges Geräusch. Oh, ging daneben. Guck mal wieder. Das geht nicht daneben. Earthquake. Friss das Mietzikätzchen. Bam. Und fad's kabum. Ja, jetzt ist das eine Wackeldackel wohl eher, wa? Hat aber leider nicht ganz ausgereicht. Scheiben, gleichsam. Na, Steiname ist ein bisschen stärker, aber nur minimal. Weil, nö, Step. Kennt ihr ja, 50% Bonus, 50% bei 75% sind 37,5%. Das aufgerechnet hat man 112er-Sternke. Ich glaube, das hätte auch nicht ausgereicht. Wirst du drauf, dazwischenzulabern, weil ich hier gerade am Erzählen bin, Alter? Nee, gut, am... Groß am Angeben mit... Wozu machst du Kreide schreiben, wenn du eh nur spezielle Attacken hast? Ja, Anziehung bis Raub. Was sind denn das für Attacken? Was, Kitschlitzer oder sowas? Ich meine, wäre auch nicht sehr effektiv, aber würdest du wenigstens noch ein Step-Boni draufkriegen, ja? Ja, gut. Bam. Tschüss, Katze. Down. Wackeldackel, Katze. Miau, tschüss. Nein, was bist du heute witzig? Ja. Ha. Hatste gleich mal hier, äh, ihr Märchen an meinem Kommentarstil, wa? Ah, Halki Nelka hat die Bude wieder voll durchgerockt. Aber Lundfumfünfzig ist ja echt böse. Oh, ganz wenig Harpy nur verloren. Ketwing! Ketwing! Gell, nochmal. Episch. Na gut, man sieht sich. Oh. Hm, geht so beleidigend nach Hause heulen zu Mama. Soll mir recht sein. Gleich schon, Next Battle, hier kriegst du ja jetzt gleich voll auf der Fresse. Volle für Kauleister, wie es so schön heißt. Ih, rasier dich mal. Siehst du aus wie so ein Busch-Hippie. Ich bin sehr beschäftigt. Können wir, nun ja, schnell beginnen? Deep Drek. Deep Drek. Äh, nee. Nicht, dass hier jetzt jemand, der Derek heißt, der angesprochen wird. Ne Grüße an die Eure Lima und nennen die so heißen. Da könntet ihr eigentlich mal... Na, nee, ich glaube, das wäre... Das ist irgendwie ein bisschen... Naja. Nee, das spare ich mir jetzt. Ist ein bisschen doof, ne? Als jetzt Player, der seinen Warnnamen verbirgt, nach dem Namen der Abonnenten zu fragen. Hat, äh, seems not pretty legit und so, ne? Ach nee, halt, den wollte ich gar nicht, aber ist egal. Ich schaffe nicht, du so. Erlebt das erste Pokémon, wird leider die Brüder wieder rocken. Wer die Pokémon des Gegners gesehen hat, der weiß, was ich mitnehme. Nämlich... Unser Porno-Disney-Charakter hier mit den geilen Muschel-BHs. Ariel! Ach, ich finde, arg fahre. Ist eins meiner Lieblings-Evo-Li-Entwicklung, muss ich sagen. Ja, was ich nebenbei noch sehr mag, ist natürlich Nachtara. Äh, Blitzer ist ziemlich knork. Und was ich auch noch sehr mag, ist, äh... Aus einer der letzten Grenzen, ich weiß gar nicht, war das vierte oder fünfte, ich weiß das nicht. Das ist, ähm... Äh, das... Das Eis-Evo-Li-Di, Glaciola, ist, Leute, finde ich richtig schön, sieht toll aus. Vom Sprite her, also... Ja, vom, vom, vom Statuswert her, gut, da kenne ich mir, sind bei den neuen Pokémon nicht so gut aus. Ich habe, klar, die Editionen alle gespielt, ich habe gespielt. Lass mich überlegen, es hat vier. Äh, Diamant plus Platin später. Und bei der fünften Generation... Alter, fick dich, hast du gerade meine Minzbeere geklaut, du alter Polacke, du? Dann kriegst du meine Läufefresse und wieso habe ich Eistrahlen statt Surfer eingesetzt? Das ist egal, One-Hit-Kaos, ja, garantiert, war... Was, 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 bounce, und dauernd... Deeper HP, 118, ist ja billig, Alter, ich habe eine doppelte. Und, nein, das ist schrecklich, hat ein geklaut, das Pokémon wurde gekillt. Oh, meine Minzbeere ist weg. Das ist nicht cool, Alter, wieso, Alter, jetzt hier eine Raubbein? Das ist nicht besser, oh, Tornupto. Epische Pokémon, aber das kann mir jetzt überhaupt hier nicht das Wasser reichen, Kollege. Das kannst du ja mal richtig knicken. Oh, oh, fuck off, oh, er hat einen Thunder Punch, oh, das könnte wehtun, oh, Bärm. Ja gut, geht aber, halte ich aus, weil die Attacke jetzt auch nicht so stark ist und kein Step bringt und meine Pokémon natürlich total mächtig sind. Also, Hep-Tap-A-Horn, Zer-Belusch! Bärm. Zuerst mal hat Feuer ausgelöscht, gleich mit One-Hit-Down. Nein, ist schrecklich, schon wieder? Let you mal einfallen, irgendwie something Neues und so? Ah. Mona. Echt jetzt, der heißt Mona? Oh ja, meine, das ist pfeiflich, dann passt's ja. Knirscher, ja, das könnte ein bisschen wehtun, ne? Aber auch nur ein bisschen. Fass, oh je, ist das halt. Aquana schickt eine ganze Menge weg. Äh, lieber Aquana, das ist echt nur Poor-Horn-Pokémon. Deswegen, Hep-Tap-A-Horn, Sploosh! Bärm, Watzka-Bounce! That's a One-Hit-K-O, eigentlich schon ihr ahnt. Kollege, du bist down. Und damit haben alle seine Pokémon verloren. Und ich habe, äh, ja, drei Minuten vor meinem Gaming, äh, Termin wieder. Wenn man sollte, ich mal Info wieder bezaufe, dann könnte man mal vielleicht mit Abonnenten so zusammen ein Let's Play, äh, Offscreen-Together von MMO machen. Warte, ich momentan wieder mal zocke. Da, da, grüße ich mich ganz, 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 liebe Freundin, die mich wieder dazu gebracht hat, das Spiel zu spielen. Aber es macht ja Spaß. Ich renne weg! Ja, gut, äh, da hat der Dieb, äh, Übung drin, schnelle Füße und so, ne? Kein Wunder, dass so einen Dieben-Pokémon mit Raub hat. Mir wundert mich überhaupt. Gut, Leute, ich würde sagen, das war es wieder mal für den Part von Pokémon Stadium 2. Ich weiß wieder, kurz und knackig, aber ich sage mal so, ähm, ja, in der Kürze liegt die Würze. Ne, ich spare mir jetzt mal dummen Kommentaren zu und würde sagen, bis jetzt wieder in der nächsten Folge. Bis dann wieder mal, macht's gut, haut rein, tschüss, Kopski, und Ciao!